Sie sind klein, manche lästig, einige einfach wunderschön und sie sind enorm wichtig für unsere Ökosysteme und uns Menschen. Insekten. Sie sichern die Lebensgrundlage vieler anderer Tierarten, tragen zur Vermehrung von Pflanzen bei, sorgen für fruchtbare Böden und saubere Gewässer. Durch die Bestäubung sichern die Insekten die biologische Vielfalt und leisten einen wichtigen Beitrag zur Nahrungsmittelversorgung von uns Menschen. Mehr als zwei Drittel aller Tiere auf der Erde sind Insekten. In Deutschland sind bis heute über 33.000 Arten nachgewiesen. Doch sowohl der Bestand als auch die Artenvielfalt der Insekten geht zurück. Nicht nur in Deutschland. Fast die Hälfte der heimischen Insektenarten ist mittlerweile rückläufig. Ursachen dafür gibt es viele. Es ist höchste Zeit zu handeln. Viele verschiedene Akteure sind gefragt und jeder Beitrag hilft. Mit dem Aussehen von Wildblumenwiesen, einer insektenfreundlichen Gestaltung unserer Gärten, dem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und unnötiger Beleuchtung in der Nacht und vielem mehr kann jeder zum Schutz der Insekten beitragen. Auch zu Hause und im Garten können wir einen Beitrag zum Schutz der Insekten leisten. Zum Beispiel mit heimischen Pflanzen wie Himbeere, Weißdorn oder Efeu. Gern besucht und passend für Balkon und Garten sind Blüten von Glockenblumen, Kornblume, Salbei und Thymian. Unsere heimischen Obstbaumsorten sind auch gut als Insektenkost geeignet. In einer Streuobstwiese können in einem einzigen alten Hochstamm bis zu 1000 unterschiedlicher Insektenarten vorkommen. Und auch die Politik ist in der Pflicht, die Natur zu bewahren und die Insekten zu schützen. Um die Lebensbedingungen für Insekten zu verbessern, erarbeitet das Bundesumweltministerium ein Aktionsprogramm zum Insektenschutz. Die Bundesregierung will das Aktionsprogramm bis Sommer 2019 beschließen. Das Aktionsprogramm Insektenschutz hat neun Handlungsbereiche. Mehr Strukturvielfalt im Agrarland schaffen. Lebensräume von Insekten wiederherstellen. Naturschutzgebiete stärken. Einsatz von Pestiziden verringern. Böden und Gewässer vor Schadstoffen schützen. Lichtverschmutzung eindämmen. Forschung intensivieren. Mehr Geld für den Insektenschutz. Und die breite Öffentlichkeit einbinden. Denn Insekten sind unverzichtbar für uns Menschen und unsere Umwelt. Das Aktionsprogramm Insektenschutz. Untertitelung des ZDF, 2020